Musik Kennst du die Macht der Einheit? Meinst auch du, dass wir Christen mehr bewegen könnten und auch sollten? Musik Jesus betet in Johannes 17, 21 und 23 Ich bete darum, Vater, dass sie alle ein sind. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Wir glauben, dass Gott mit dieser Generation was Einzigartiges vorhat. Wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Dieser Traum liegt doch in jedem von uns. Sehr tief liegt die Sehnsucht nach Frieden, gegenseitigem Respekt, Gemeinschaft, Liebe und Einheit. Mit der Entstehung des überkonfessionellen Jugendgottesdienstes BASE haben wir angefangen, unseren Traum zu leben. Wir fiebern dem Tag entgegen, an dem sonntags der Verkehr in deutschen Städten zusammenbrechen wird, weil Menschen irgendeine Kirche aufsuchen werden, um ihrem Schöpfer zu begegnen. Und jetzt habe ich gute Neuigkeiten. Am 28.04. um 18 Uhr ist es wieder soweit. It's BASE TIME! Und diesmal mit dem Thema PURE LEBENSLUST, wie im Himmel, so auf Erden. Sei dabei, wenn wir in Köln, mitten in der viertgrößten Stadt Deutschlands, unseren König feiern. Didst du Baba, wenn du damals Cocos ab paispotlio, und wiederh Hotels mehr weiterа? Wie in Köln? B baby Peetling By also, wenn du damals wie im T tril Minor, wie in wegen des Pochnikos auf dem T.f. y